Was glaubt man aus die Fighter Rosalie und willkommen zurück, jetzt kann ich es wirklich legit kaum erwarten Wie es weitergeht, wo ist die Story jetzt? Story Modus war doch direkt hier sofort, wir haben jetzt zuletzt gegen Super Sai 3 Broly gekämpft, aber ich will den hier sehen Super Sai 4 Broly, ah der hat gar keine Maske auf, ich hab gedacht der hat die ganze Zeit eine Maske auf gehabt Es gibt nämlich auch eine Karte mit einer Maske, wenn mich alles täuscht, jedenfalls Super Sai 4 Broly, ja gibt es auch in Dragon Ball Heroes, das hat die Sache mit Dragon Ball Heroes In der Hinsicht macht es halt übel Spaß, das Game, Freunde Oh, war gerade ganz oben, ne nicht hier lang, hier lang, ähm, so hoch, genau, zack, zack, bam, hier, das holen wir uns noch ab, das habe ich letztes Mal nicht geholt Okay, hab auf ein Ticket gehofft, aber okay, nehmen wir auch an, nehmen wir auf jeden Fall auch an Beklagen wollen wir uns nicht, das haben wir gemacht, das haben wir nicht gemacht Was? Training mit Whis? Normalerweise gibt es hier weiter, oh, okay, aber ein Training mit Whis wollen wir auf jeden Fall auch absolvieren Unser Boy Whis, ich find's cool, dass du ein, zwei Zeit-Stages gibst, sag ich mal Hast du Zeit, mich zu trainieren? Ja, auf jeden Fall, let's go, oh my, yeah, ähm, und du bist? Oh, entschuldige, ich bin Osadu, danke für dein Interesse, Osadu, aber ich kann leider nicht Was? Oh, man, oh, Leute zu trainieren, die ich erst ein paar Sekunden kenne, ist kein gutes Geschäftsmodell Außerdem bezeiht mich ernsthaft, dass ein Grundschüler meinen Training zu... Grundschüler, ich bitte nicht Ey, Whis, was? Whis, warte mal Wenn du mich trainierst, besorg ich dann lecker... Ah, ha, 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 okay, jetzt hat er ihn Jetzt hat er ihn mit Essen, ich glaub, mit Essen kann man so gut wie fast jeden Ha, 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 kühlt dann an der Stelle So ein schönes Essen, frage an euch, ganz gerne, euer Lieblingsessen Ich sag, Lasagne, mmm, Lasagne schmeckt übelgeil, Freunde Na ja, okay Warte kurz, das hat jetzt gut, tadaa, bon appetit, mon ami Meine Güte, los, probier mal Oh, man, oh, 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 oh Meine Junge, das ist einfach himmlisch Okay, schön, dass das schmeckt Können wir jetzt trainieren? Ja, let's go, okay, krank Und so können wir dann quasi Whis an der Stelle ködern zum Training So, wenn er jetzt ist Jetzt kämpfen wir gegen unser Master Whis Was so ein Ultraabschuss, ich hab gar nicht drauf geachtet Greifen ein und zuerst an und gewinnen den Kampf Oh je, okay, okay, oah, zuerst eingreifen heißt Ich versuch's mal, ich schiebe einfach mal jeden raus Jetzt, go, ich suche mir das einfach mal Glaubt ihr vielleicht, warum nicht? Okay, moment Aber jeden Kampf zu gewinnen? Ich meine, jeden Eikampf oder wie? Schau mal, schau mal Mit den Eikämpfen ist immer so eine Sache Gine Mh, her damit Lecker essen Bei dem Wetter kann man auch Schön grillen, Freunde, aktuell So, was heißt aktuell also An dem Tag, an dem Aufnehmen Ist ein sehr gutes Wetter, an Karfreitag Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit Oder habt eine schöne Zeit über die Freitage Ich wünsche auf jeden Fall frohe Freitage Oh, grillen wir echt geil jetzt Warum nicht, warum nicht Vielleicht zauber ich mir dann noch was Nee, Spaß, alles gut Let's go, also falls jemand grillen geht Viel Spaß auf jeden Fall Ah, wahr, ja, okay, je Mist Ah, schade, schade, schade Ah, der, okay, der hebt auch Schadenselgen auf Alles klar Oh mein Gott Böde? Oh Mann, oh Mann Ja gut Das mit bei Serka Goku Würde nicht funktionieren Aber ich denke Ich werde trotzdem Sehr viel Schaden machen können Mit der CA oder so Wir wollen Miracle hier Miracle Ja, ja Welch Wunder Also mit Rune 2 dann Ja, GG Oh, okay Fui Sorinio Dreimal nacheinander gehalten Oh, yeah Wer meint es ernst Natürlich ist mein IT-Perschlag erhöht Ja, das war der Dream Mit meinen Ultraschaden Aua Oh, ja, ja, ja Oh Ehm, Sharingan Ehm, Hafi Erfere, ja Randeem Argetraget Oh, okay So schnell war das jetzt nicht Tun 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 NICE NICE DEFENSE 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 Kampfmodus Chance, ja nehmen wir auf jeden Fall an, auf jeden Fall, ich glaube eh, dass ich zuerst angreifen werde, deswegen lasst ihn mal hier ein bisschen, let's go, Schaden zufügen, auch wenn sich fehlt, ist vielleicht hilft es ja am Ende, soo, Riesenmodus, no, thanks, danke, mal raus, yep, in Yikeso, Ich hoffe, ich treffe die Super-Tags, wäre nice, wenn nicht, schauen wir mal, GG, by the way, laut den V-Job-Scans aktuellen werden neue Dragon Ball Heroes Karten kommen, ähm, sowohl physikalisch in JP, aber auch für das Spiel, bin echt drauf gespannt, was die raushauen, oh, ich find's gut, dass das Game wirklich supporten wird, und vor allem Online-Events, Freunde, schaut, ob es Online-Events sind, und macht wieder Online-Events, die sind echt interessant, wirklich interessant, Es wird auch, glaube ich, ein 3 gegen 3 Modus hinzugefügt, darauf bin ich auch gespannt, Laut den V-Job-Scans, im Mai geht viel, freu mich drauf, Dankeschön, ciao, so, Na, easy, komm mal her, komm mal her, komm mal her, Okay, schon mal eine Super-Tags, Sturm-Modus, oh, my, yeah, Ganz am Anfang, bin ich noch richtig ausgetickt, aber jetzt mittlerweile alles schön gemütlich, Funktioniert eh, funktioniert eh, man hat alle Zeiten der Welt für sowas, Oh, Da war, ah doch, oh, nice, 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 Und auch gewonnen, Und gewinnt auch schon mit dem Super- Rar-ra-rakschas aus Klo, ja, easy, sehr schön, Soviel zum Training, Und Wizz, haben wir auf jeden Fall gebraucht, Bevor wir zu Super-Stank-4-Broad gehen, Das sag ich euch, Wenn ich wissen, wie der auszickt, jetzt gleich, Der schreibt mir schütt nur rum, Also, schauen wir uns mal das an jetzt, So, danke für die Lektion, Wizz, ich hab mega viel gelernt, Ich nehm zurück, was du heute gesagt hast, Aber du bist gar gewünschte Junge, Ja, das sag ich doch mal, Jetzt aber, Wizz-San, Ich hoffe, du hast uns vorbereitet, Für den Kampf, der uns jetzt bevorsteht, Ja, ne, Broly, Super-Stank-4-Broad einfach, GG, total ist Reaktion, Wie kommt's dazu? Was für eine Machtdemonstration, Oh, diese Transformation hat niemand vorher gesehen, Ja, du könntest dieses Abenteuer möglicherweise sogar allein beschädigen, Was? Kakarot, ist dir an dem Jungen denn nichts aufgefallen? Äh, abgesehen davon, wie toll er ist, Nein, wieso? Du Idiot, es ist ein Saiyajin, Das Spiel ist aus, Broly, Äh, kein Wesen kann mich besiegen, Oh, oh, jetzt kommt's, Ja, Achso, Broly kann einfach Instant gehen, So, okay, Ja, alles klar, Oh, Uff, Er hat den Spielsummittel, Wir müssen, Keine Fusion mehr, Okay, wie du willst, Dann müssen wir uns wohl auf Super-Sane-4, Oh, Die sehen so geil aus, Super-Sane-4, Zino-Goku und Zino-Vegeta, Oh, Mein Gott, Es ist J4 einfach, Ist doch gestört, Man, Ganz ehrlich, Super-Sane-4, Broly, Schau, Wie breit ist der, Berserker, Wie der grinst, Grimlikant ohne, Von einem Zino-Vegeta, Oh, Okay, Okay, Schau mal, Oh, Zino-Vegeta, Oh, Ich würde sagen, Wir schicken wieder alle raus, Oder? Schauen, Sagen wir, Ja, Müssen wir, Treifach ab, Wer eigen ist, Oh, Greif, Eigen ab, BD, Verdreifach, Dieser Broly, Das ist mir, Geschrei, Einviel Schande nennen, Boah, Der nächste Runde wird natürlich interessanter, Aber, Ich darf keine Super-Deck bekommen, Also für den Ultra-Abschluss, Ob ich das schaffe, Schauen wir mal, Multischlag, Wer hat es angeheifelt, Wer hat es am Multischlag, Der Gegner oder was, Oh je, Das wird was, Das wird was, Dieser Broly, Wie brutal er aussieht, Geh, Geh, Denn ich will nicht wissen, Wie schnell das jetzt ist, Knapp, 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 Ja, Woh, No, Junge, Wir machen aber schon wenig Schaden. Junge. Oh, wie viel Schaden, was? Jetzt bin ich gespannt. Hat er seine Super Attack direkt? Ich hoffe nicht. Einfach SSJ4 Broly. Ne, hat er nicht. Noch nicht. Aber nächstes Grund ist sicherlich. Nein! Nein, Motomo. Ja, der greift mehrmals an. Du hast die Nervensegel. Aua ey, lass mich in Ruhe. Was ist los, hallo? Was? Junge, Junge, Junge. Jere, Jere, jetzt komm mal ran, Junge. Du, 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 du. Einreffen sowieso zuerst an dem Sinn, dass wir das machen. So witzig mit den Modulen. Du, 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 du. Ich glaube aber, ist, hm. Bin gespannt, ob wir danach nochmal gegen ihn kämpfen müssten. Nee, Riesenmodus bitte nicht. Ciao. Hey, Alter raus. Je küsse. Jetzt aber. Ich mach einfach eigene Kraft diesmal. Boah, okay. Die, ne. Ja, mit der Mahlzeit. Dankeschön. Jetzt. Okay. Süßes Band. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Aber knapp, sehr knapp. Shit. Oh Mann. Müsst du wahrscheinlich die C-Ace wieder erregeln oder was? Boah, oder doch nicht. Komm, wenn ihr in Angriff durchkommt. Verdammt, du hast das. Oh nein. Aber ich... Bei mir gedacht... Nee, okay, bis gleich. Ja, doch. Was du bist gleich? Wir haben gewonnen. Ja, okay, nice, nice, nice. Ich dachte nämlich, dass die C-Ace jetzt kommt von Berserker Goku und die muss ja rausschneiden. Gut, King Vita hat es geklärt. Der will so einer hier Overkill. Super Angriff auch noch hinterher. Und jetzt hat die Frage, kämpfen wir wieder gegen Broly oder kommen wir zum nächsten Kapitel? Oder zum nächsten Final? Schauen wir mal. Let's go! Alles klar jetzt. Ja, das kann nicht sein. Oh, Alter, was? Super Saiyan gewinnt gegen Super Saiyan 4. Der hat ihn vernichtet. Wo ist Broly hin? Ey. Nicht. Ja, nicht. Oh, Sporkoli. Das kann es doch nicht sein. War es schon zu Ende? Tatsächlich. Und links? Oh, links ist noch ein Kampf. Schauen wir uns auf jeden Fall an. Das ist der Real, Freunde. Das ist der Real-Gegner. Scheiß mal auf Super Saiyan 4 Broly. Wir haben hier... Jaco. Du da Bürger. Ich habe eine Frage an. Ich komme ran. Hey, bist du nicht der berühmte Super Saiyan der Digga ist hier beschützt? Ja, du bist es. Man nennt mich den Galaxie-Polizisten. Ey, Jaco. Wow, du bist wirklich. Und was wolltest du fragen? Auch keiner soll eigentlich Unheil in seinen Quadraten anrichten. Weißt du irgendwas davon? Ein Polizist? Aha, den Blick kenne ich. Herraus damit. Das weißt du. Nein, ich habe nur gedacht, die... Ja, danke. Und ja, ciao. Glaubst du etwa, du kannst mir... Ich sage die Wahrheit. Ich habe nicht so... Daher, komm ran. Dann muss ich die Wahrheit schüchern. Alter, was? Jaco, ey, hör auf. Bitte, ich habe Angst. Ey, ey, ey. Jaco. Ey. So, jetzt komm mal ran, Jaco. Was ist da los? Große Klappe hatte der Junge. Wie viel machst du überhaupt? 30.000. Komm ran. Easy. Es... Alle rausschieben. Fertig. Je, je. Keiner weiß, was will der überhaupt? Kriegen wir irgendwas besonders von dem? Oder hat der sich verlaufen, Jaco? Ja, ob er sich verlaufen hat, seinen eigenen Schuld. Kriegt er aufs Maul. Was stand da? Nicht zugelegt. Oh, je, oh, je. Mein Lücken-Trick-Auflagert. Oh, je. Dann will ich gar nicht wissen, was der gleich abgeht. Das zeig ich dir. Jaco. Was ist da mit dem Code Cooler los? Die sind ja komisch aus, du. Da. Oh, je. Obst. Oh, was? Okay. Bam. Bam. die mann ist durch du bist der chef ich muss aber aufpassen jetzt muss ich aufpassen jetzt vorbei jetzt ist vorbei jetzt ist vorbei ich habe mich gerade zum ersten mal gefragt ob ich eigentlich auch kampfmodul nicht nutzen kann ich auch ja kann ich tatsächlich aber da kann ich so scheiße im kampf nicht mehr nutzen weil das war ja kampfmodul für runde 2 aber ich kann es trotzdem auf weg tippen das ist gut merke ich mir aber manchmal brauche ich ja kampfmodul nicht nicht wenn ich es nicht brauche dann kann ich ja weg tippen sonst dauert die animation zu lange wie in dem fall jetzt schätzbar so volle heldenenergie das gefällt mir aufschaut modus genau bis aufgeschaltet ja 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 jetzt das ist kaum riesig easy Was? Knapp Ja, Wolo Bam, jetzt ist das Rakscha das Klo Final Flash Oh, jetzt kommt Zepsi-Schuss Ah, was gibt's noch nicht? Ah, ok, yes, yes Sehr schön, bam, runter mit dir So viel auf den Jack, jetzt bin ich gespannt Ähm Ob wir jetzt komplett nochmal, also Kappel 4 sind wir gerade, ob wir zu Kappel 5 kommen Oder ob es einen weiteren Teil gibt hier Schauen wir mal, schauen wir mal, wir sind Sind wir Kappel 3 oder 4? Wir sind Kappel 4, richtig? Ich glaube Hä? Nein Sind wir immer noch in Kappel 3? Ich hab's gerade legit vergessen Schauen wir mal gleich mal So, Jacko, was hast du zu sagen? Nur damit du's weißt, du hast mich zurückgehalten Ja, 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 ja Komm, ziehleine, Junge Ab, 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 ab Wir müssen mal gucken, jetzt was abgeht Nämlich Total vergessen, wo ich gerade bin, Alter Aber jetzt Schau mal, was für ne Sequenz jetzt kommt Wie's mit der Story weitergeht Das interessiert mich, hätte ich mir jetzt sagen Oh nein, bitte nicht Ich hab keinen Bock gegen ihn zu kämpfen Ich hab's doch noch nie gegen ihn gekämpft Aber ich hab grad keinen Bock gegen ihn zu kämpfen Ich mach den der Du dumm Du dumm Du dumm Natürlich Du dumm Du dumm So Jetzt? Was geht hier ab? Ist Broly noch am Leben, oder? Was? Broly kurz ausgelöscht. Wir haben es geschafft. Broly's Geschichte. Krass, okay. Ja, aber Note. Note, wie geht es dir, Madame? Ähm, was passiert? Note, du lebst. Gerade so, aber ja, ich atme. Man tut das weh. Den Entwicklern sei Dank. Lol. Ey, Uso, du liegst erst an mir oder siehst du aus wie ein Super Saiyan? Ja, das ist passiert. Boah, wie ey. Ah, das sei selbst aber einstig fest, Uso ist ein echter Super Saiyan. Das ist mir neu. Du bist echt aus ganz besonderer Hals geschnitten. Außer du, na. Sie lassen das. Gute Arbeit, Broly. Gute Arbeit, Broly aus dem Weg zu rein. Sie lass. Nachdem ich jetzt euer Kampf an habe, bin ich hier fertig, glaube ich. Die bitte? Die letzte Phase, na, schon bald wird die Geschichte neu erschaffen. Na, hältst du hier doch für einen Gott? Du hast dich zu entscheiden, ob die Geschichte neu geschrieben wird. Oh. Da bin ich anderer Ansicht. Bei der Zeit werdet ihr mich schon verstehen, na. Ich guck so. Ups. Komm zurück, du ruhig, gradloser. Oh, du kannst halt seinen Key welchen ich besiegen. Nicht in deinem Zustand. Ey, hat er Füge. Pass auf, bevor du siehst. Du wirst es nicht schaffen. Dafür werden wir sorgen. Aber warum taugt einfach aus dem nichts auf? Iiiiih! Iiiiih! Was ist sich verlaufen, Mann? Ich trau dem nicht. Den trau ich nicht. Könntest du uns verlaufen, wenn dieser Kerl ist Trunks? Aber gerne noch was. Es ist nicht Jamel oder Kamel? Der allererste Held, den ich jemals rekrutiert habe. Oh, okay. Der sieht komisch aus. Ich trau dem nicht. Warte, welche Rasse hat uns gefehlt? Kaioshin? Nee, Kaioshin haben wir noch einen Dämonen-Gott, oder? Na, guck mal, Mann. Trunks hat recht, zusammenzuhalten ist das beste Erfolgsrezept. Okay, wahrscheinlich kann ich jetzt unterlesen nicht alle angetten. Let's go. Okay, komm. Nimmst du dich zu schwer, mein Boy. Alles gut. Also, dass Elf bin ich genug eingesammelt, oder? Dann ist es wahrscheinlich auf dem Weg in die Spielwelt. Nein, durch ein Zeitspiel in die Dragon Ball Welt. Das ist dann nächster halt. Klingt logisch. Das ist sehr gut möglich. Wir sollten ihm zuvorkommen. Der Meinung mich auch. Lieg so. Können wir vorher noch kurz reden? Klar, so was ist denn? Also, es geht ums Essen. Hast du schon was gegessen? Oh, lol. Alter, als Hunger war doch so klar, mein Boy. Oh, mein Boy, Kakaroto. Aber wir haben auch Hunger, let's go. Lass uns erst mal das Essen-Chunk. Skipps dann aus. Okay, Mittagspause, let's go. Gut, Freunde. So viel wahrscheinlich zu diesem Part. Ich denke nicht, dass da noch was kommen wird. Aber jetzt, wo sind wir stehen geblieben? Welchen, ich hab vergessen, welchem Teil wir sind. Oder welchen Kapitel. War es nicht Kapitel 4? Kamel! Ist jetzt dein Verbündeter? Okay, warte mal. Es gibt... Kapitel 3. Lecomio, wie soll... Ah! Siehst du? Oh! Interessant! Oh! Oh, 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 oh! Wow! Okay, wir haben Kapitel... Oh! Okay, wir haben die ganze Kapitel 3. Dann würde ich sagen, Freunde, wir sehen uns das nächste Mal auf Kapitel 4 wieder. Ich bin gespannt mit Goku Black. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Peace! Wenn I pull a bad sugar, mommy wanna be my word. You a man, bro, don't you cry. I'm a girl back after I'm done. I'm done next time you wait won't be alright.